mein Kanal war der Engel was ist hier dann auf Teilen dann auf Whatsapp dann auf Janik so da muss jetzt reinkommen ein Follower da lassen und einmal kurz in den Chat schreiben in den Live Chat muss reinschreiben und dann lässt du auch Like da auf Kursbasis so Abo ist drinnen Kuss für deinen Follower also ich sehe deshalb nicht ne weil wenn ein Follower da ist oder warte Luen hast du hingeschrieben jo moin Janik Tru Kuss für deinen Follower ehrenhaft lassen Like und Follower da Follower hast du ja schon Like auch auf Kursbasis danke so Digga äh warte bist du noch im Stream drin ja ehrenhaft äh warte ich suche mal kurz was ähm ich hab dich jetzt zum Moderator gemacht schreib nochmal rein schreib einfach hi oder so auf jeden Fall darfst du äh keinen Schimpfwörter reinschreiben weil sonst wirst du direkt ich hab da so ein äh Bot drin und da wird dich dann direkt melden und dann kannst du nicht mehr ja hier siehst du bei dir da so ein Schraubender dran ja ja das heißt wenn jetzt irgend wenn jetzt einer jetzt Arschloch oder irgendeine Beleidigung reinschreibst kannst du auf ihn draufklicken könnte ich den selber bangen und dann hier so melden entfernen wenn sag ich Mods band die weg dann gehst du rauf und dann steht da irgendwie hier so Nutzer äh vorübergehend hier so Time Out jetzt ist schön dass ich ein PC hab ganz ehrlich das ist ja ein PC Bruder jetzt trägt nur noch eine bessere Maus so eine Euro Maus und alles damit es besser weggebannt wird Herr kann sie auch easy einen Youtube Kanal machen naja lass mich hä ist voll geil what the fuck oh oh vier Zuschauer ja ihr habt grad auch gesehen alter oh mein Gott Leute Digga ich mach heute das erste Mal wieder so einen verkackten Youtube Stream dir ja auf einmal sind da vier Leute drin Junge Leute was ist mit euch los so ne Kuss Basis Digga Digga vier Zuschauer alter na alter ja jetzt sind und du auch also nicht wann da jetzt grad zwei Zuschauer sind und jetzt einer zwei und nicht ich bin auch immer im Spielen dran Digga als ob da grad vier Schritte drin waren Digga ey geh mal auf Whatsapp geh mal auf Whatsapp und drück da auch mal auf den Teil mach das alles in seine Stücke und sagt klatsch kommt alle vorbei Bruder mach mach Werbung mach den Youtube Main mach einfach in deinem Story und sagt mach doch Kussbar und vielleicht ein Follower da auch ey ok aber guck mal wo wir landen dann nimm schlau wenn wir jetzt mal rausstehen aber die grad drei Zuschauer da wo du markiert ist ja ja ihr macht Kuss Basis Leute Kuss Kuss auf die Nuss Leute warte ich guck mal auf die Grafik ja die Grafik ist ein bisschen schlecht oder? ist die Grafik okay? ähm warte ich bin grad nicht im Stream ich hab jedenfalls ähm ähm warte mal in ne alte Klasse senden in die alte Klasse sendet der das sogar noch Leute Digga auf einmal Bruder da sind vier Stück drin Digga what the fuck eine bist du grad im Stream drin ähm warte jetzt sind wir nicht wieder einstunden ja da müssen da drei gleich drei Leute stellen so wir haben wir machen jetzt Trio versus du das ist unser Boss das ist unser Boss unser Krieg jetzt ist nur noch einer bei jungen diesen Bruder kann ich nicht so finden hier unten ist einer achso ist der Tüch weil er gesneakt hat und mit Waffe kommt er auch nicht zu alter ... das hat sich jetzt nen Top äh ja hier ist noch so mal nah animals aber leider kein Slit ja können wir dir Waffen wenn ich abgucken wird ich brauche jetzt nur eine bessere Pumpkant ah hallo bist hallo bist du gut äh Bri ja so es geht ich bin grad wieder online gekommen äh hab grad den in meinem ersten Youtube Stream wieder mal gestartet seit keine Ahnung wann äh es geht also bauen könnte ich mich auch ein bisschen verlettern aber sonst musst du ja nicht fragen ob ich gut bin ich bin ich gut oder nicht weil die hören ja von mir aus würde ich sagen ja aber es kann auch in meiner Ansichtssweise liegen ne Digga viel Zuschauer wieder Digga Kuss geht raus Digga ich mach einmal kurz in den Youtube Dings wieder ich mach einmal in den Youtube Stream sei keine Ahnung wann wo auch einmal kommt was gefühlt jetzt die Leute rein what the fuck Digga Kuss Basis ja ich wurde da die Tern aber hab's nicht geschafft perfekt internet lag bin ich schön wäre es wenn wir mal Blumen bei dir ähm nö weil ich möchte mainly rüber hier ist der paar paar noch im Bogen alles hirmen habschunde bleiben internet ist der zaun schon abgebaut ja ja ich muss den film auf dem handy weg machen fünf zuschauer ich glaube ein neuer kommentar jetzt ist ein neuer kommentar hallo steffen ja was geht steffen ich habe den film wirklich mal seit einem monat nicht mehr gemacht oder weil ich mache drei leute sind jetzt drin ich muss ja dreimal neue machen der auf einmal beim dritten mal einer ist im film gekommen eines im film gekommen er zwei wir sind da jetzt zu zweit und wenn ich sehe das ja einer von meinen kumpels zwei leute drin ich kann nicht von seinem handy ausgemacht wenn ihr den luftschuhl dann müssen wir gleich wieder weg alle ich schreib mal ein chat was da für eine waffe warum sagst du mir nicht von chat nein wo ist der klopper auch nein ich hab den klopfen die läuft weg einiges lang hat drei leute vier leute bruder rum könnt ihr alle neuer kommentar da ich nicht weiß was was man dazu sagen kann hier ein rezept für waffeln danke sehr jetzt kann ich mir waffen machen davon muss gleich mal ganz gut gemacht ja einfach oder ich wusste wirklich nicht wie man fangkuchen macht ich wusste immer gut jetzt habe ich den bedienungsanleitung ich habe ein internet internet auf links perfekt ja bruder pin geht noch höher wie viele sind wir überhaupt leider vier stück sind wir komm digga ich muss davon foto machen perfekt bruder 6 na was ja das hasse ich halt oh wild bruder safe alles digga äh aber ich möchte bitte leute dass ihr nicht so permanent äh rein spammt also ihr könnt euch fragen stellen ihr könnt alles machen aber wenn ihr jetzt so quasi dreimal hintereinander spammt dann würde ich das nicht so gut finden weil vielleicht mal andere noch reinschreiben aber schützendlich ich kann aber noch mal drauf ich habe gar kein internet ich habe zweifel und hause gemacht Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich kann nichts dafür, wenn ich so eine Mode fänge. Gegner. Einer dritte ist schon. Der andere ist weit. Habe ein. Perfekt. Digga, das Auto kickt mich nochmal weg, obwohl das vielleicht nur 2 kmh fertig macht. Ich kriege es nochmal. 10-30er, 10-30er, er ist weit. Ey Digga, das ist doch so ein Ding da. Hab ihn. Gehen verhören. Ja. Ja. Digga, Leute. Sind einfach immer noch, warte, neuer Kommentar, zockst du mit Yannick? Ja, in der Tat. Kannst auch einfach nur Yannick schreiben. Digga, noch einen Kommentar? Ne, noch nicht. Hast du ihn verhört? Ja, ja. Noch ein neuer Kommentar. Äh, welcher Server spielst du, Amerika oder was? Hier, äh, kannst du einmal kurz gucken? Ich spiel auf deutschem Server. Hier Europa und auf deutsch. Also ich spiel nicht auf andere Server. Das ist, weil ich bei meiner Mama bin und wir nicht so gut sind. Ich mach das halt alles ganz ehrlich, ne? Wer ist, äh, der guckt mein, äh, b, b, b. Weil, woher kann der Name? Digga, what the fuck, bruh? Ja, weißt du, Lenk, Lenk? Ja, ja, ich weiß warum. Weil das Internet halt nicht so, das Benk ist. Digga, Yannick, wo hast du überall alles? Wo hast du überall den Link reingeschickt, bruh? Weil ich komm, komm ich's wie sonst was? Äh, alte Klassengruppe und ein paar Leuten. Und ein paar Leuten. Safe so gefühlt seinen ganzen WhatsApp-Kontakte. Eike mit Yannick. Weil ich Eike bin, Yannick. Was? Der ist Eike. Eike mit Yannick? What the fuck? Weil... Weil ich Eike bin, Yannick, ja. Wer ist Eike? Einer aus meiner alten Klassen, ja. Also ich hab' irgendwie so gesagt, irgendwie so... ne gute Kollegin von deiner Mom. Digga, what the fuck, bruh? Auf einmal... Äh, do you want, äh, paykiss? Ah, ja, bruh, digga. Digga, ich kann dich auch easy wegbannen lassen, bruh. Hör auf, die ganze Zeit reinzuspannen. Ich hab' nichts dagegen, wenn du öfters reinschreibst, oder... Ja, aber halt nicht irgendeinen Scheiß reinzuspannen. Wie soll man das sagen? Sagst du, wenn reinschreibst? Irgendwie so Fragen, oder... Du kannst halt auch manchmal sowas reinschreiben, aber wenn's wirklich... wenn du das nur als Joke machst, dann... kann ich dir leider nicht helfen, dass du ein Bann kriegst. Und jetzt schreibt er da noch Code schreiben, Bruder, willst du direkt einen permanenten Bann? Junge, die Annik hat damit kein Problem. Die Annik hat damit kein Problem, den Bann zum Block zu verteilen, oder? Hast du was dagegen? Nö, das wär mein erster Bann. Ja, du warst den halt weg, ne? Ich kann nur sagen, dass ich nicht wegbann. Mach aber nicht. Weil guck, wenn einer da die ganze Zeit reinzuspannen... Kann ich mitzocken? Was hat er gelabert? Kann er mitgezocken? Ähm... Ja, dann schreib mal Aufrufezeichen Epic und dein Epic-Name deinem. Dann adde ich dich gleich nach der Runde. 15... Was hat er reingestellt? Warte, ich hab ihn, ich hab ihn. Was hat er reingestellt? Ich hab ihn, äh... Eike... Komma online. Ach so, ist das Eike? Ja. Ja, Eike, entweder du kriegst gleich einen permanenten Bann, oder du hast oft die ganze Zeit so einen Schmutzleifer in den Chat reinzuspalten. Das ist jetzt kein Chat, wo du einfach nur aus Spaß reinschreiben kannst. Man kann manchmal so sagen, jo, jo, das kann man mal da reinschicken, ne? Aber nicht die ganze Zeit, das nervt nämlich. Jo, Janik über Janik. Was? WTF, was labert der? Er joint über mich. So. Oben Gegner! Erneath den Fartikeln, Bowser? Ich komm mal raus. So. So geht die Fartikeln hin. So geht die Fartikeln hin? fort dann nehmen wir ja genau richtig am liebsten kann die panther ja für alles ich habe gedacht ich habe nämlich gegner kommen keine ahnung ich sehe ja was ja und jungen das ist ja auch von jeder zeit ab in einem so gut er hat mir spaß ich glaube der andere da auch an ja ich muss mich ja mal kurz ein unten kommen noch mehr gegner alles kommt es kommen die kommen ich kann nicht auf die kombis achten ich brauche ich brauche hier okay nur noch ich würde sagen dass wir uns nicht so offen hier ich bin früher hier halte ich kurzen und gehen wir mit zungen das kapier ist ohne die ich gerade perfekt noch besser kann keine runde laufen aber der andere hat das und buchschicht leser bekommen oder der hatte kein bock nach und auf einmal hat er kommt drei hat obwohl er die ficken einfach drei hat er gar keinen bock macht die baufeier wichtig ich habe ich habe oder weil die so und ein gegner hier ist ein teammate das ist eine verzögerung extra damit die steigen kann ja wenn wir jetzt noch join will sind müssen der ecke egal ob dich beim schießen mit oder ich weiß was ich zu tun habe dann lerne erst mal deutsch wer ich nein eike kommst du aus lobby ach so ja warte die eike muss doch online kommen oder nicht weil er ist halt bisher immer ich gehe mal kurz zu trinken holen das ist halt wie Vielen Dank. 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 Ja. 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 Oder wie? Hm? Willst du ein bisschen schwimmen hier? Treib einfach nur! Wie? Bruder, hör auf zu flexen! Hör auf zu flexen, Bruder! Ja, morgen, Bruder! Was ist der Trick, um Dingsói zu mutten? ich habe mir selbst richtig viel schaden zugefügt die wichtigste waffen sind für mich einfach nur ein pump gun und eine maschinenpistole das zähl ich auch gar nicht erst auf es doch danke danke Okay, ich bin ein Eikonik-Skin, Bruder. Wer hat ein Eikonik-Skin? Er hat ein Eikonik-Skin. Und dein Kollege hat ein Eikonik-Skin. An alle, die noch im Stream sind, wer ist alles überhaupt im Stream? Eike? So. Damit du ein richtiger Ehrenmann bist, Bruder, nimmst du jetzt hier einen YouTube-Link und schickst in jeden Kontakt weiter. Oder schick den irgendwie in ein paar Gruppen. Ja, warum streiken wir uns alle wegen dem Scheißnot? Tschüss. Aha. Ja, diese Wall soll zwar nach hier unten, Bruder, editier dir und gib ihm den Headshot. Oder irgendeinen anderen Shot. Hab zwar eh nicht gesehen, weil du 10 Meter von mir entfernt warst, aber egal. Naja, ich seh's ja später. Sweaty. Oh, einer dazugekommen. Chicken wing, chicken wing. Hallo, an dem der dazugekommen ist. Was? Ah, Kussbasis, nach dem Like, Follower, da? Und beim Abo schön auf alle Stellen, ne? Dass du immer eine schöne Benachrichtigung kriegst, wenn du sie nicht mehr oder... Die Glocke muss hat sich nicht sein, will er ganz sagen. Er ist jetzt da, heute erst noch einen neuen Mod, äh, er hat heute den Mod bekommen, deswegen. Wenn er sich ein bisschen so cool fühlt, hier so, dies, das hier, wirst du schon bescheiden, ne? Na komm, der gibt mir auch. Was labert der? Es ist heiß draußen, oder liegt das an mir? No. Es liegt an Leuten, die du nicht kennst. Oh, Bruder, ey, Bruder, ich hasse dich. Warte, es haben viele in die Comics geschickt. Äh, haut alle auf den Like-Button. Den Like-Button tot. So ist richtig, Alke. Haut den Like-Button tot. Ach, noch ein Gegner pissen. Digga. Digga, was warst du, die Scheiß losgegangen? Ah. Ah. Nebo. Ich hab keine Muni. Ich hab keine Muni. Komm, 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 komm. Ja, passt schon, passt schon. Der wird eh verweckt. Oh! Bruder, der hat einen fetten Shop und seine Fresse bekommen, Bruder. Bruder, dieser Shop, oder der war anders. Bruder, der hat gefühlt dann nicht mehr überlebt, Bruder. Der konnte nicht mal mehr atmen. Jetzt ist es, hab ich einen 23er gegeben, Bruder. Danach, Bruder, hat der so einen fetten schönen 118er in die Fresse bekommen, Bruder. Ich hab gesagt, Bruder, der soll sich Ding werden, Bruder. Ey, die Löcher, Bruder, hier sind immer Chests drin, Bruder, da musst du mal reinkommen. Deswegen guck ich auch immer unterm Steg, oder so. Weil hier, ich höre hier schon wieder eine Chests, oder? Da hab ich uns einfach was gedacht. Leute, ihr seid ja jetzt zu dritt drin, ne? Es ist ein neuer reingekommen. So. An den neuen, der hier reingekommen ist. Es gibt eine Regel. Haut diesen scheiß Abo und Like-Button tot. Und schickt ihr ihm diesen Link weiter von diesem Video oder vom YouTube-Kanal. Und dann seid ihr die heftigsten Ehrenmänner der Welt. Oder? Ja, ne? Oder? Schon da? Ja, ne? Ja, ne? Na, denke ich schon, ne? Also, Leute, haut diesen Abo-Button komplett behindert, bis er nicht mehr zu sehen ist. Also, das ist jetzt nicht so, ne? Ich will da noch ein paar mehr Follower's kriegen. Aber ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Also, schlag kostenlos auf diesen Abo-Button hinzu. Und dann, danke sehr. Leute, könnt ihr mir mal in die Comi schreiben, wie ich das aktiviere. Also, ich stream halt auch der kompletten Playstation nur. Äh, macht das halt alles über die Playstation. Könntet ihr mir reinschreiben, wie man das reinmacht, dass mir die Abos angezeigt werden. Weil das weiß ich nicht, wie das geht. Und bei mir werden halt keine Abos noch angezeigt. Nix, nix, nix. Ach, das ist du. Ach, was? Ja, ich hab grad Alke was zugeworfen. Ne, ich will auch. Was soll ich das, meiner? War nur ein Mini, war nur ein Mini. Warte, du wärst auch so, hattest du noch ein Mini, Alke? Wenn ja, dann, äh, mach mal so. Wenn, dann werf ihn jetzt zu mir. Wenn, dann soll er ihn jetzt zu mir werfen. Oder was ist denn sonst, drück ich mir jetzt den Biki. Ja, mach. Er hat noch ein Mini. Äh, er hat sogar noch zwei, Bruder, richtig. Digga, irgendwer hat jetzt den Biki aufgenommen. Oh. Ey, gib die Mäck-Kids wieder. What the fuck, Bruder. Ich hab keine Mäck-Kids. Digga, der kommt mir einfach die Mäck-Kids. Blau. Ja, ich war damit die fangen, gell? Ja, Bruder. Junge, fickt euch. Digga. Oder es kommt drauf an, dass sie so ein bisschen... Hä, what the fuck? Ey, Leute, guck mal auf der Karte. Man sieht hier irgendwie so eine Mitte. Wie eine Mitte. Bist du auf der Karte? Hier sind zwei Kreise. Zwei Kreise? Bei mir sind zwei Kreise angezeigt. Oder liegt das an irgendeiner Waffe? Es sind zwei Kreise. Bei mir sind es zwei. Leute, wenn die das gerade auch bei euch, wenn jemand online ist, oder mal auf die Karte guckt, dass sie so zwei Ringe sind. Bei mir ist nämlich hier ein Ring. Irgendwer hat den Kommiss... Achso, nein, nein. Digga, was rum? Wo sind die? Hinter euch, warum sagt die mir nicht? Komm mal her und flex noch einmal kurz mit deiner Adidas, wenn du Gründung-Materialien hast. Mach einmal kurz so ein klein Adidas, Flex. Weil sonst hätte ich ein Angebot für dich offen, wenn du da auf bist. Dann habe ich nämlich vielleicht ein Angebot für dich. Mach mal, hier gibt es irgendwie ein paar Adidas. Ah, ich weiß, was wir machen wollen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, okay, Bruder. Ich hätte es für ihn ein Angebot. Ich mache mir das Garten, das ist ein 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 Garten. Ich habe keinen Schatz. Fein, fein, ich finde es ein Fein. Das ist eine Banane, ich will die holen. Ey, weh, ihr scammt mir jetzt den Kill, alter. Uuuuh, der hat heute schon... Ey, Bruder, er scammt mir noch wirklich den Kill. Ich habe erst drei Kills. Digga, wo ist jetzt die Banane? Ich habe erst drei Kills. Oder warum den scannt der noch? Janik, sag mal. Was ist? Nichts. Nicht, nichts. Hä, habe ich überhaupt was gesagt? Bist du genervt, oder was? Nein. Ah, Steffen, bei mir sind auch zwei Kreise. Habe abonnieren. Hä? Ja. Ach schon. So muss das rein, Steffen. Das war die nächste Zone, die vorausgesagt wurde. Habe ich irgendwas hier gerade in Minis oder so getrunken, damit ich das sehen kann, oder was? Ich habe keine Metz. Ich habe auch keine Metz. ich hab voll wenige ich auch ich habe nur 300 ja lass auf den weil ich mal bist du weg am flexen oder was angebot aber ich weiß es nicht ob ich ihm das angebot geben soll marianik nur 50 api rauf nicht schlagen nicht schlagen weil sonst hat er nichts komm jetzt dreiß gucken dann hauen wie gegen 321 hat er bock auf noch einen stop truck du geschossen heute ja habe ich auch gerade irritiert so herr bruder oder voriel ich verstecke mich jetzt hier im bus ich will gucken ob irgendwo gegner da kommen bruder und dann ich bin dein ernst steffen streamst du morgen wieder hier weg janik weg mit dir ich nehme den bg mit h in der nächsten zone ich brauchte morgen stream ich denke schon aber werden konnten zu ihm erst um 16 uhr mann was machst du digga digga ich glaube ich gebe ihnen doch nicht das angebot ich überleg schon die ganze zeit ob ich ihnen das angebot geben oder so ob ich ihnen das nicht geben soll meinst du fortnertechnik oder fortnertechnik ja warte ich muss einfach was auf discord machen digga eike eike wird mich komplett ficken alter digga nächstes morgen dann hat sich das erledigt fortnertechnisch oder ja fortnertechnisch digga wenn er jetzt noch gegner baut bruder wo hab ihn ich hätte kommt noch ein sie halt auf seinen kopf und tritt halt nicht war er so klar ich muss einmal kurz was mit einem handy machen ja ich habe ja gar kein internet oder kein wunder warum man nicht schreiben kann das wäre so klar oder fünf kills bruder digga ja okay komm wir gehen jetzt auf den komm ja bruder ich weiß nicht ja ich mache es einfach dann ist es einfach einmal schnell in und dann sollte ich verkämpf mich schloss 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 oder auf einmal habe ich mein internet wieder am bruder es leckt rum digga vb ich muss in die zone mich ein tor dem bruder ich kann sonst nicht zocken da aber ich würde mir gehen ike das ist eke ich werde sogar bei gott junge die ist Angebot ist bald dann nicht mehr offen für dich. Egal. So, Bruder. Äh, Yannick, wusstest du schon, dass ich einen Clan hab? Wo? Ja, einen Clan. Vorhin einen Clan. Hm. Möchtest du eventuell diesen Clan rein? Äh, eventuell ja. Eventuell muss ich das in einem Riss abklären. Aber was gibt's da zu abklären, Bruder? Ich bin der Anführer des Clans, also es gibt zwei. Isabel? Wir sind jetzt nicht nur drei Clan-Memmer, wir sind nur ein paar mehr Menschen. Ey, ich hab die feschen Boden, oder? Digga, wo sind die? Mal, ihr schießt irgendwo rum, oder? Komm, Digga, Handy-WLAN. Digga. Da weckt schon da internet-WLAN aus. Digga, ihr schießt, oder? Und ich schiege mal, woher? Ich geh von hinten. Ach, Digga. Hilfe! Ich muss es schaffen. Ja! Ich komm wieder. Janik, Janik. Warte, warte, warte. Ja. Oh, warte rum. Bruder, du hast einen Spaß, Bruder, warum sagst du das nicht, dass du einen scheiß Spaß hast? Aber bitte sammle die jetzt nicht auf, ne? Also, okay. Ja, doch. Du kannst mich eh nicht wiederholen. Wiederbelebnis-Bus ist eine Nation, Mann. Genau, und, Bruder? Digga. Die Tone macht 5er-Ticks, picken. Okay, Janik. Ja, wir haben uns vergessen, oder? Ja, zum Glück hast du Spaß mitgenommen. Ja, natürlich. Oder wenn er in der Spaß im Angebot liegt, Bruder. Metz, Bruder, sind on point. Oben Gegner. 61er, erfreut. Ich gehe buschen. Ach, Digga, das ist, Digga. Das ist mir eindeutig ein bisschen zu viel hier. Perfekt, Bruder. Nächster epischer Sieg. Letzte Runde, nicht auch ein epischer? Ja. Ich gehe einmal wieder Lobby, Bruder. Digga, what the fuck, Bruder. Also, äh, Stefan, also ich stream morgens safe nochmal, falls du jetzt grad nochmal, ob du noch drin bist. Äh, Stefan, wenn du drin bist, schreib nochmal rein. Er müsste drin sein. Du bist drin, dieser andere, dein Kollege ist drin. Sonst müsste irgendwer anderes drin sein. Hast du überhaupt Discord? Janik? Ja. Ich? Ja. Natürlich, was denkst du denn? Ja, aber keine Ahnung. Dann öffne einmal kurz. Handy und PC. Ja, warte. Ja, also, bei dir bräuchte ich mich nicht mal, ähm, bei dir bräuchte ich das nicht mal machen. Äh, du bist automatisch direkt im Plan. Weil, ähm, du ein Kollege bist, äh, den schon lange kennt. Ja. Ja, ich bin auf Discord. Äh, äh, jo, gib mal, ähm, Klingkinik 07. Ja, warte. immer nici. Äh, aber jetzt mal mein Controller. Na, bitte.' Okay, ja. Oh, Bio菜. boys laat的呼吸 reader, poser Motbell. Seja, 5讓我能拍照片? 石 suha 好嗎? Hasется, dass du einen並NT cardleades tuo? ähm, ich Klinklinik 07? So wie mein Ingame-Name? Ja Hast du? Äh, warte Genauso wie mein Ingame-Name Klinklinik 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 Rays Und dann Hashtag? Äh, 4, 9, 2 Äh, ja, Steffen Also, äh Ich werde safe morgen den Stream noch mal machen, aber wenn kommt der erste zwischen 16 und 17 Uhr? Aua Ähm Er kommt erst zu spät, weil mein Stiefvater arbeiten muss Äh, und da ist das Problem, dass ähm Er halt im Homeoffice ist und da er das Internet braucht Sonst macht er die Arbeit nicht richtig Deswegen Hab bitte Verständnis Ähm, dass der Stream halt dann an diesem Tag erst dann rauskommt Und ja, und wenn du da echt was dagegen hast, dann interessiert mich das echt nicht Ich bin da grad bei meiner Mom Ich bin da grad bei meiner Mom Hast du mich ge-edit? Äh, ja, ich hab den Anfang geschickt Ja Hier, Janik Anfragen angenommen Ich bin da Ich bin da O.T. 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 Also morgen 16 Uhr, alles gut. Ja, 16 Uhr, 16, 30, 17 Uhr so ungefähr. Ungefähr dann um diese Uhrzeit. Also schreibt mal in den Chat, stream morgen etwa um 16 Uhr, 16, 30 oder 17 Uhr. Schreibt das mal rein. Weil dann gehe ich noch einmal kurz über den und dann fixiere ich einmal kurz den Kommentar. Kann ich das doch auch über Playstation? Nein. Dann fixiere ich ihn. Nein, nein, das macht schon Dings. Ich habe ihn eine Einladung über Discord geschickt, da müsstest du reinkommen. Ja, ich bin schon drin. Ja, okay, dann schreibt mal Hi rein. Also sonst kann ich dir keine Beförderung geben. Du brauchst natürlich Beförderung, um reinzuschreiben. Oder? Kannst du reinzuschreiben? Ah, warte, ich mache das. Warte, rausnehmen, warte. Ich werde dich zuerst mal bei... Worauf zockst du? Switch. Switch-Spieler. Und dann auf Mods. Also du bist Switch und Mod. Und ich möchte sehr gerne, das muss ich nochmal mit XPL, Erik und XPL, KonstantFind nochmal machen, dass du dir ein Fortnite Cover runterlädst, also irgendein Fortnite Skin, und da dann drauf XPL Yannick draufschreibst. Und das dann halt als dein Profilbild benutzen. Weil ich mag das nicht so gerne, weil wenn man halt vielleicht in einem anderen Clan drin ist, dass man dann quasi schummelt, dass man halt in einem anderen Clan wird, ist und so. Also brauchst du jetzt halt nicht jetzt machen, sondern eher nach der Woche rein. Ja, ja. So, ich bin jetzt... Bei Discord kann ich jetzt nicht mehr zurückschreiben, ne? Ich habe mein Handy wieder ausgemacht. Ja, ja, alles gut. Ja, ja, ist doch gut so. Aber da ist noch nichts anderes. Schreibt das mal rein. Also, denkst du ja. Also, streamen zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr. Das musst du reinschreiben. Warte, dann fixiere ich einmal kurz einen Kommentar. Zeker, konnte man Waffen nicht gedrückt halten, um die Kontext zu switchen? Warte, wie kann man eine Waffe direkt switchen? Also, wenn man eine graue hat, um die man auf die blaue wechseln möchte. Man muss das ja immer davor, dann... Oder ich frage mich, warum er hier die ganze Zeit so rumbaut. Oder ich kann es verstehen, Seger, dass er auch flexibel... Warte, aber wie heißt der nochmal? Ja. Ja, dieser... Keine Ahnung, heißt der Erik oder wie heißt der Keck nochmal? Eike. Eike? Wenn du auch in den Clan möchtest, spring mal hoch. Eike, hallo. Der, der... Der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Schammer nicht. Gegner, Gegner. Ein ganzes Squad, oder...? Äh, ich denke schon, ich denke schon. Das ist Theo, das ist gut. Ich habe ihn. Tut mir leid. Äh, streamen, äh... Ja, perfekt. Ja, warte, ich ziehe das gleich ein. Noch ein. Oh, das ist gut. Dann wird uns auch noch weg, he. Dann wird uns auch noch weg. Von woher willst du gehen? Ja, Eike Eike? Ich kalle sie ihn. Ich kalle sie ihn. mann anstatt uns mal ein bisschen einzubauen nein mann ich war alles alleine ich mache mich in einem kohlen was die tür ganz heraus der eike hat ja gerade nicht zugehört oder der will dass er angeblich nicht ist ja seine entscheidung ich gehe da mal hin wo die anderen gegner waren haben wir die zuerst mal auf der anderen Seite überhaupt geholt Janik bist du noch drin Janik geh mal auf den Kommentar so stream zwischen 16 Uhr bis 16 Uhr 30 dann klickst du darauf und dann steht da quasi man kann den Kommentar anpinnen ja alles muss man hier alleine machen ich kann ja auch super VIP Mod geben aber darauf habe ich keinen Bock ich habe die doch genommen ab oder auf einmal kommen da wieder zwei in den stream rein oder kuss die Nachricht wurde jetzt angepinnt wird das auch bei mir angezeigt nein ah danke für die Minis kein Problem ah Bruder hier ist der nächste Raum irgendwer hat abgebaut Digga hä ich brauche unbedingt einen Metz alter ich habe noch 100 Metz aber dann kann ich vielleicht mal ein Edit machen ja lass mal ich bin ich bin ich bin ich bin mal so umgehen so ein Inge was hat gerade Dings reingeschrieben in den Chat Minis ach so ja ich bin ich gerade am Handy bin kann ich da nicht drauf gucken dann ist die Frau ich will die einmal mit dem Bogen abschießen nein ja okay ich bin im Boot ich nicht ich steig doch ein Geht zu der Frau Geht zu der Frau Digga Alke Digga ist er etwa ein bisschen zu behindert so jetzt fahr ich noch Janik danke oh mein Gott Digga Perfekt Digga hast du mir jetzt gerade wirklich lila eine Waffe gescannt? Egal WTF? Digga Janik guck mal was ich hier habe ja aber ich feier das nicht deswegen warte lass das Ding ins Wasser werfen Alter damit keiner das auch benutzen kann Alter ihr laupt ja okay man kann es noch benutzen aber ich feier das Ding nämlich nicht so das Ding feiern nimm mir das nw nw wir bilden ey ich mache jetzt Copyright umgeschützte Dings hier Musik an ok also diese Musik darf man im Stream an machen ich habe irgendwo schüsse gehören copyright free musik abfahrt oder werbung kacke ja immer wenn ich werbung merke oder gegner bruder wichtig jannik kann aber zusammen auseinander keine ahnung du weißt schon was wie kann zusammengeschüttet werden die alten musik flexen was denn was nix so dumm das tut ich um wachscherla bruder ojojo geht ojojo na komm geh pushen geh pushen spring drauf pass auf die schießen nicht runter das ist der letzte aber hier dicke meine hände schwitzen noch mehr als keine ahnung was wenn ich grad irgendwie so einen heißen stein in der hand der karten unsere karten schweiß auf den loot holt ja nix nein meine 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 und schnell ja nix ja geht dann sofort zu weeping mir egal wenn du die musik nicht leiden kann hallo geht zu weeping scheiß mal auf das traden bruder lauf nach weeping digga was brauchst du denn 10 jahre um scheiß looten zu nehmen alter ja du kannst auch machen amerika gehen aber janik janik ja ach so ein bisschen noch da gut gibt's auch copyright andere free musik bruder hier bruder werbung kein bock aua der kontroller sind meine eier geflogen ja hallo haben auch da mit deiner waffe so rum geh doch uns einfach rebooten bruder du brauchst 10 sekunden um es einzig nur zu rebooten wenn die zone zu ist bruder hast du komplett verkackt weil die zone dann doch einfach zu schießen Vous forever yoo oh octos zweier text ich mach zweier text her her repeat 남 k los janik lauf 水 sonik sa Hier ist ein Auto, perfekt. Hallo, nimm uns mit. Ich kann nicht einsteigen. Jetzt, los, 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 los. Wieder Buntfahrer. Das Ding ist ja nur so ein Scheißding. Wir müssen ihn zuerst mal vorgehen lassen. Wir müssen hinter ihm sein. Okay, fahr nicht. Steig aus, steig aus. Steigt aus. Was verstehst du? Steigt aus nicht. Ich hab ne Funk am, Bruder. Lass Birkel gehen wegen Janik. Jo. Das Geile ist, Bruder, dass jetzt ne Copyright-Bee-Musik wurde. Die kann man nämlich hören. Also, das sind mehrere Copyright-Bee's, muss ich sehen. Wie hier? Oh mein Gott, Bruder, wir haben gefühlt schon den nächsten epischen. Also, wenn wir den noch holen, ne? Soll ich sagen, Bomben, wir gefühlt schon den nächsten epischen Sieg haben? Hm. Weil die einfach nur an, dass guter Loot liegt. So bin ich doch noch nicht zu sehen. Digga. Jetzt bin ich durch, du Scheißding, Alter. Hier, Bruder, geh nicht wegen. Wir suchen noch ne Pumpkin für dich. Ach. Hier ist nun schon wieder so ein Lampier. Warte, komm her, Janik. Nimm das hier. Warte, ich geb dir die ganze Munition dafür. Nein, Pumpkin-Muni, meins. Nimm die Muni. Okay. 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 Noch ein Team, noch ein Team. Jetzt nehmen wir noch zwei Squads. Zwei Squads. Eins Squads. Achso, ja, eins. Aber, Digga, guck mal, mit unserem Loot, Bruder, schaffen wir nicht viel. Komm zu schießen, du Kek. Was? Achso, ja. Digga, anstatt es einfach in den scheiß Chat zu schreiben, Digga. Nein, erschieß doch rum, Bruder, damit die Gegner es direkt nicht mehr. Dummes Kind. Digga, warum baust du einen Baum komplett ab, Alter? Ja, die haben es nämlich gesehen, deswegen kommen die auch. Dummes Kind, Alter. Weil du das von Weitem siehst, wenn du so einen Mammutbaum vorliegen... Ja, da sind es... Ja, deswegen, ja. Siehst du einen Mammutbaum von 300 Jahren Entfernung? Er hat den, äh, 47er? Digga, die Baum nur runter. Ja. Äh, what the fuck? Digga, warum schießt das, Nick? Weißt du, was lustig ist, Nick? Hä? Die ganze, meine ganze alte Klasse guckt für diesen Stream, aber man sieht halt nur zwei Teilnehmer, ne? Das finde ich... Bester Stream, was... Hands, was Hands, was Hands, was Hands, was Hands? Was? Digga, also bis jetzt war das mein bester Stream, den ich hier hatte. Bruder, hier, Bruder, guck einfach nur mal an die Anzahl, Bruder. Als erstes hat da irgendwie so ein Junge ein bisschen dumm da reingespampt, Alter, aber... Wenn du die jetzt noch mit dem Bogen wegsnipest, ne? Ähm... Ja, ja, das ist ein Teilharder. Ich muss gleich, ähm... Ausnahmen. Warum? Äh, weil ich ausnahmen muss. Also ich darf die, ich kann nicht mehr spielen, aber, ähm... Ich kann noch im Stream bleiben. Ja, okay, ja, mal. Kannst du ein bisschen reinschreiben. Ich ne Eike zu anbauen. Warum? Ja. Ja, dieser Hit, der war nicht so geil. Bruder, Junge, der hat auch mehr Mets als Haar. Boah, Junge, er ist weit. Vor allem, der hat halt immer weiter die scheiß Bäume abgebaut und hatte schon, ähm, 99 Holz. 399. Oh. Digga, einer ist das noch. Ja! 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 Oh mein Gott, du bist der Bruder! Digga, drei epische hintereinander, Bruder. Digga, drei epische, Digga, on stream, Digga. Ahaha! Jo, ich muss den ausmachen. Digga, on stream, drei epische, Digga. What the fuck? Zu geil, zu geil. Digga, on stream, drei epische, Bruder. Ey, Digga, wenn er diese Trap da nicht gedings hätte, wenn er da diese, wow, äh, den Mond da nicht hingemacht hätte, dann hätten wir verkackt. Hau rein, Janik. Jo, ciao. Warte, ich mach die noch, ähm... Ja, Mann, ich guck mal, Führer. Och, Digga. Sieg, Bruder. Perfekt, Digga. Hau rein, ne? Jo, ciao. Bis morgen dann beim streamen. Jo, 16, 16.30. So, hier, Bruder. Warte, ich muss das mal in der Fahre schicken, Bruder. Ach, Digga. Bester Sieg. Na, bester Sieg würde ich das jetzt nicht nennen, Bruder. Aber, Digga, drei Siege hintereinander, Bruder. Digga, das ist schon sexy. Komm, Digga, wenn wir jetzt noch einen Duo-Sieg holen, ich schwöre, hast du nur einen Duo-Mate und wenn, dann tanzt du einen anderen Tanz. Wenn du kein Duo-Mate hast, tanzt einen anderen Tanz. Hä? Oder? Wenn du einen anderen Duo-Mate, also, wenn, also, wenn du jetzt kein Duo-Mate hast, tanzt mal. Also, tanzt was anderes. Schreib mal in den Chat, ob du einen Duo-Mate hast oder nicht. Was? Skabu-Taschinen-Do-Mate. Was? Digga, was schreibst du da rein? Kanu-Bu-Taschinen-Do-Mate. Digga, wo, mal auf einmal fünf Leute. Tu, Digga, besser streamen, Bruder. Und ich kann noch eine Stunde streamen, Leute. Digga, morgen 16 Uhr, Bruder. Digga, vier Leute, Bruder. Ich küsse euer Herz. Hab schon einen Duo-Mate, sorry. Hab keine Autokorrektur. Also, ja, dann mach die doch an, oder ist das jetzt ein, oder ist das ein Problem? Yannick, schreib noch mal rein, wie viele Siege wir beide heute gemacht haben. Einen, oder? Ja, schreib rein. Ach so, ne. Wenn müssen, zwei und vier jetzt, bitte. Drei Leute, Bruder. Schick, ey. Der Junge, der da grad halt mit mir zockt, ne? Ich weiß jetzt grad nicht mal, wie du heißt. Ähm, schreib, äh, schick mal jedem diesen Link weiter. Komm, lass mal ganz slöpy auseinandernehmen. Digga, ganz slöpy auseinandernehmen. Aber so streamen ist auch viel besser. Ja, ich guck mir gleich den Kommentar an. Ich fand's gut, dass der Teammate uns runtergeschossen hat, Bruder. Ich fand's echt gut, Bruder. Weil wenn er uns nicht runtergeschossen hätte, Bruder, wir hatten ja kein Epischen. Also müssen wir irgendwie schon dem Teammate das verdanken, dass wir den Epischen haben. Low pump, Bruder. Noch möchte ich jetzt das? Digga, was hast du, ein geiler Look, Bruder? Aber immer, wenn ich einen geilen Look kriege, Bruder, verreckt ich immer. Ach, Bruder, ich warte noch mal. Ich komm, ich guck mal. Warte. Drei Siege, Moin, ich darf doch spielen. Kann ein Kumpel mitzocken. Ja, komm online mit dem. Gar kein Problem, Bruder. Spielen wie Teams, Bruder, wo noch mehr Epische. Janik? Herr, was the fuck, Bruder? Er, man muss auch nicht. Er ist eine Erskarte, ja. Er muss auch nicht. Er muss auch nicht. Er ist eine Erskarte, ja. Er ist mir? Ah, was ist... Ah. aber jetzt kann ich einmal in die kombis gucken darf was moin nick darf doch spielen kann ein kumpel mit ja wie gesagt er kann mit zocken drei epische was was meinst du darf was meinst du also dieses auch für ich darf er kommt hier aber er hat wieder einen kommentar reingestellt die 45 müssen da dran stehen vorhin von uns ne neue wort ach ich hasse es nicht egal egal die von die blut willst du sein hier nein kann ich ich habe drei schatten hier umrennen ja 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 ich habe noch nicht geantwortet ja bruder ist das spielverzögerung Das musst du wissen, das ist eine Spielsfallzögerung. Naja, ähm... Kumpel kann doch nicht online kommen, ähm... Henk. Ja, ich kann mit 22 Uhr zocken. Ja, das ist ja alles gut. Boah, dann kann man jetzt nur nicht... Henk, PC, äh... ...switchen. Aber der Start ist gefährlich. Boah, Jo! Nein! Fuck, bro. Er ist aber white. Oh, 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 oh! Digga, der ist white als sonst was. Na, geh um. Ja, ja, geh um lang. Der will mit spüren. Oh, shit, digga! What the fuck? Geh mich über den. Geh mich einfach über den. Digga, der ist... Digga, der ist... Digga, der ist... Digga, der ist... Müsste gleich weiter. Kann der wenigstens reden? Ja. Ja, wer kann reden? Ja, wer kann reden? Ich hab ne Anleitung gesendet. Du hast beigetreten. Hallo, kannst du reden? Fiete? Och ne, ist das Fiete? Fiete? Ligger, wo ist der ganze Lute? Hä! What the fuck? Hä! Wo ist der ganze Lute? Also, ne du auch sehen? Zack, Zack, Zack. Fiete? Ligger! Wo ist der ganze Lute? ich glaube der rede ja ja also ich rede wer ist der youtube habe ich gehört ja ich will ja ich hab wir müssen ich habe vor ich weiß gar nicht mal wann ich angefangen habe ja ich weiß gar nicht mal wann ich angefangen habe letztes jahr und egal letztes jahr und guck mal ganz kurz ich bin schon heftig weil das lustige ist ja du hast 30 abonnenten ja du kennst doch noch die stream seit drei jahren der hat immer noch nur 20 ich habe gestoppt mich auch krass sie gleich aus hier ach nee man gleich wird das internet richtig scheiße neuer kommentar jetzt ist fünf monaten wann war mein erstes video guck mal nach ja war dein erstes film vor fünf monaten ja ich mach schon seit fünf monaten youtube hat 30 aufrufen wieviel aufrufen hat dieser stream äh der hat jetzt warten ja das sieht man noch nicht bisher sieht man das nicht ich habe keine menschen ich habe keine menschen ja wir waren dann sieht man jetzt das ist wie viele leute du bist du da hinten was wir unsere wahl du kannst die rein die kann man es benutzt ich mach mir mal oh wach der rassist wenn auf einmal alle 30 leute live im chat werden dann muss sein kollege der auch mitspielt der muss einmal reinkommen follower da lassen und dann muss das wird machen was ist er bietet du musst in meinen und ab oder dann aber die morgen verlassen und ja dann hat nicht egal wo willst du mich sonst wie guten bruder das ist der letzte mit uns muss der passen kann er ist kennst du florian nick naja ich kenne viele welche meinten florian sega meistens der auch zum schießen geht was du gehst kommst du aussehen ja du bist ja auch mal zum schießen gegangen sehen wo der der zirkus ja ich digga du machst so keine ahnung ja bruder das hört sich ein deutsch an das ist ja ja hier du musst mir du musst jetzt in meinen youtube-kernal ja ich krieg mal einen link habe ich schon ja 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 okay er ist drin schreibt mal was rein ja du er band dich nicht doch einschreiben mir ist ja nicht man schät er dann drückt und noch leicht ja da kann ich jetzt was einschreiben digga erkennt sich ja null aus ja nick nein das ist nicht nur meine freunde ja das ist halt wenn du lauter wirst hast doch im live live chat ist an hast du auf facecam facecam habe ich nicht da womit man das gesicht filmt ich habe keine facecam ich will mir bald eine holen und dann meinen controller filmen meine füße die weg ich brauche ich bin komplett schlecht in diesem game nicht 100 kann janik bezeugen ich bin komplett scheiße in diesem game danke 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 reicht aber mit wenn du mit janik oder doch genügend mit ja ja gönn hier oder gönn hier oder du hast mir kein holz gegönnt musst du nicht in ähm egal er muss einfach nur den youtube link weiterleiten ja ja habe ich schon meinen ganzen freunde gemacht ja gegner oh haa 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 da kann ich mehr Follower einsacken egal ich kann mal gucken wie viele Follower ich hab wie viele Follower habe ich kannst du einmal kurz nachgucken 30 Junge ich hatte heute 25 oder fünf oder war neu wir haben bestimmt ein paar von denen ich die verlinkt oder man merkt das eindeutig dass er pc spieler ist das merkt man einfach nur wie er baut das merkt man eigentlich nur an der bauart um der editiert wieder zu den stream laut den stream leise machen weil du hast unsere echte stimme ich habe doch gar nicht wenn es dann wird man deswegen wenn ich mit ihm spiele schrei ich bin dann nur am stream Junge der gibt wirklich alles oder das wird grad safe und sein ganzes Leben so wie ein Junge gleich so zu sein die ganze Familie sterben oder wenn er jetzt nicht hier irgendwo hin heute kühlt Leute ich geh dann gleich mal auf die Länge dann mach ich mal Wartemusik gleich mal an ich geh mal kurz kacken alter und kacken dauert immer fünf Minuten und kacken und kacken und kacken und kacken warum denn jetzt doch schon alles in der das macht man ich stehe immer fürs kacken ne ich stehe immer fürs kacken ne ich stehe immer fürs kacken ne ja so Bruder jetzt noch ein bisschen Wartemusik Bruder für den stream für euch Bruder hier perfekt mach mal ganz laut und stell ans mikrofon nah dran Walla tut mir leid wenn man euch nicht mehr hört aber egal es ist noch keine Wartemusik Stütz ich habe immer so ein tippt 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 kann man an einem Chat schreiben, ob man innen schiffe ich hab den Findingseng kann man oder steffen ja man wird Oh, das ist hier. Musik Jaja, schön. Der ganze Hobbyw Ibik. Äh, viele dreht man die ganze Zeit. Ja, 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 hallo, ich bin der kleine Noob, ja genau, ja, 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 ja. Hallo, 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 ja, ja. Ich liebe dich doch mal. Genau. So Leute, hoffentlich hat euch die Wartemusik gefallen und jetzt geht es weiter mit dem Gameplay. Also ich habe mir da so mehr so ein... Was? Ja, das ist für mich die Wartemusik. Ja, aber warte, ich will noch einmal kurz was ausprobieren, bevor wir einmal... Janik, bist du gerade in meinem Stream? Natürlich, Digga. Wenn ich den Stream jetzt beende, kommt da ja so ein blaues Ding, ne? Wenn ich da jetzt länger drin bin, wird das farbig. Wird das irgendwann farbig, quasi mit einer Farbe? Auch nicht die ganze Zeit blau? Ja, musst du drauf gucken. Es bleibt die ganze Zeit so mit, äh, Dingsabonster-Zeichen. Ach, Digga, dein Bestand war irgendwas mit meiner Dings-Verbindung, ne? Ja, habt ihr Teams an? Was für Gruppenkeile? Achso, ich muss das machen. Der Durst. Ja, jetzt wird erst mal die Gruppe auf Privat gemacht. Jawohl. Janik, wie heißt der Junge, mit dem wir auch nochmal zocken? Eike. Eike? Wenn du mich hörst, wenn du mich hörst, wenn du mich hörst, ähm, hättest du Interesse, in meinen XPL-Clan reinzukommen? Und wenn der ein Tanz war? Und wenn der ein Tanz war? Dann halt nicht, aber drück jetzt bereit, Alter. Sonst muss ich dich leider kicken. Nein, man, er ist Xbox-Spieler. Nein, man, er ist Xbox-Spieler. Aber wo du für Xbox-Spieler bist? Bist du überhaupt noch im Stream drinne? Oder Steffen, bist du noch im, ähm, oder? Hä? Warum hat er gelieft jetzt? Na, dann, ähm, wenn ja, meld ich mal. Hat er schon. Hast du jetzt den YouTube-Link weitergeschickt? Na ja, wäre auch gut so für dich. Boah, Junge, diese... Achso, nee, man, sonst wird ich gesperrt, Bruder, wenn ich das sagen würde. Äh, ehrenlos. So ein Kontakte geschickt, ne? Digga, what the fuck? Ja. Digga, was will der dieser King Jason für eine Anfrage von mir haben, Digga? Was? Ähm, äh, du hast ja gesagt, ähm, dass ich ausfüllen soll, ne? Ja. Geht das überhaupt mit der Switch? Hä, what the fuck, Bruder, warum seid ihr schon in der Runde? Ich bin nicht in der Runde. Ja, ist doch normal, ja. Ja, Bruder, ich bin nicht in der Runde. Bin ich. Ich bin gar nicht in der Runde. Ich bin noch ein, äh, Dings, Bildschirm. Ja, runde Scherze, aber noch eine Minute. Und so, sie halt sie 15 Sekunden. Lief jetzt einfach. Perfekt, danke. Wo kommst du noch rein? Nein, ich komm nicht mehr rein. Nein, ich komm nicht mehr rein. Ja, es startet auch noch nicht. Hä, was ist mit Janik passiert? Klar, was... Hallo? Hallo? Sollt ihr mich? Ja. Okay, ähm, war gerade irgendwas drin. Ja, ich komm nicht raus, nicht mal. Ich komm da einfach nicht raus. Ja. Herr, wenn du nicht rauskommst, wie willst du denn da aber, hä? Willst du in der Lobby? Ähm, ja. Ach, ja. Guckst du nicht seinen Stream oder was? Sehr ehren. Ja, hier ist das verzögert. Hä, what the fuck, Bruder, fünf Sekunden verzögert. Es kommen die Ausreden. Janik, hast du diesen Skin wie ich? Also wie wir? Nein. Also nochmal, ähm, weißt du, ob das geht, das... Warte, drück nicht bereit, drück, drück nicht bereit. Ja, ich mach einfach so, dann seid ihr eh abgebrochen. So, ähm, habt ihr zufällig diesen Skin? Nein. Ja. Ja, aber ich brauch einen, den Janik hat. Hast du den Skin, Janik? Nein. Nein, halt auch nicht. Habt ihr den Skin? Ja, nein. Ach, Digga. Habt ihr... Nein, mal mit dem Skin. Nein. Nein. Den Skin. Nein. Nein. Den genau in diesem Stil? Äh... Ja. Janik, hast du den in einem anderen Stil? Nein, ich hatte den Battle Force in der Season noch nicht. What the fuck? Ich glaube, Janik hat diesen Skin hier, warte. Welchen? Wo ist der? Hier, den hat Janik, glaube ich. Janik, zeig mal, welchen Skin hast du aus. Ähm... Also ich hab den, den ich anhab. Den hab ich nämlich nicht. Den... Den... Den hab ich auch, aber... Den hab ich auch. Den... Den hab ich nicht. Ich hab den besser, passen nicht. Den... Den... Hab ich auch nicht. Den hab ich auch nicht. Den hab ich auch nicht. Sie... Hab ich, aber scheiße. Die hab ich. Hab ich aber scheiße. Ach, nein, den hab ich auch nicht. Nein. Wir haben den beide fast nicht. Du brauchst keine Skins? Nein. Nein. Den hab ich da nicht. Ja. Den hab ich dann wieder nicht. Egal, nimm irgendeinen anderen Skin. Nein, Mann. Ich mach jetzt eine Skin, komm, wie wenn ihr den nicht hab, oder? Denn... Keine Ahnung, was bedeutet. Mega. Hat die... Hat irgendwer den Skin, den ich hab? Nein. Und den, den du jetzt hast? Ja. Ja, ich hab. Ja, dann nimm du den. Und Janik, wo hast du... Nein, ich hab ein Grauni. Äh, High-Frauenskin. Soll ich eigentlich sein, oder? Nehmt einfach euer Sweaterskin bitte. Soll ich machen? Ja, ich hab jetzt mein Sweaterskin. Also mit dem hab ich mal richtig reingeschwettet. Oder mit welchem Skin hab ich die ganze Zeit gezockt? Achso. Ja, ich weiß welchen. Aber ich will mal wieder mit dem stocken. Äh, ich hab... Ich bin nicht grad der Beste. Ich hab's ja Setterskin und so, coole Skin und so, aber ich bin nicht gut. Ich hab 300 oder 200 Pin, weil... Bei uns wird grad Glasfaser gemacht. Boah, Junge, achbenachsichtigung, Alter. Wie du hast den Stream jetzt ausgemacht bei mir? Ja, halt, der ist noch an. Ja, jetzt. Der war die ganze Zeit schon an. Aber hier steht das nur ich drin im Stream. Ich schaue aber auch zu. Ja, und wenn er keinen Bock auf den System hat, Bruder, dann ist das so, Bruder, dann kriegt er gleich eine Pferde permanent Spannung fertig. Genau. Genau. Ne, ich mach das schon. Ne, genau. Äh, das wär mal so lustig, wenn irgendwann du einfach so viele Abonnenten hast und alles, dass du dann da ein paar hundert Zuschauer bei so'n Stream hast. Boah, Junge, wenn das mal ne Zeit werden, würde ich nur da sein. Auf was ihr jetzt hießt, warte. Wo auch? Linker Joystick. Ich auch. Ich auch. Hier hab ich ihren Landikett so eingestellt, heute. Da bei ihm. Warte, kack, Bruder. Ja, hier gehört niemand in der Wall von uns. Aber irgendwie ist der Stream bei mir ein bisschen frazogert so. Ja, ist ja. Und ich sag jetzt, hallo. Das ist ja das, was gut ist. Und jetzt sag ich auf meinen Stream, hallo. Ja, das ist halt so. Damit man nicht Stream snipen kann. Wer soll denn bitte schon stream snipen? Janik und ich schau mich dazu. Ja, aber das ist jetzt eine Funktion von YouTube, weil es auch größere Streamer gibt, die mehr Zuschauer haben, die sowas, so ein Spiel dann spielen, dann gestreamt werden, nur gekillt werden, keinen Spaß mehr am Spiel haben. Und dann passiert sowas deswegen. Ich glaub, das hat YouTube jetzt nicht nur wegen Fortnite gemacht. Ja, wegen anderen Spielen. Und allgemein, die haben das reingemacht, weil diese Fünf-Sekunden-Verzögerung manchmal echt gut ist, weil sonst kommen die in die Games rein und Team und das ist dann halt eine Lobby, wo man dann halt nicht mehr richtig zocken kann. Genauer gesagt, es werden dann nur Bond-Lobbys. Ich schwöre, ich würde diesen Skin richtig fein, wenn man den Helm absetzen könnte. Kannst du mal eine Anfrage annehmen? Meint ich gleich. Kommt drauf an, wie gut du bist. Was für Handyspiele spielt ihr? Ich zocker keine Handyspiele mehr. Irgendwie fast gar keine. Digga, jetzt holt mich so ein Fischkopf Larry hier oder was? Entweder ich schock Fortnite auf meiner Baby. Oder ich schock gar nicht. Uihoho. Mein WLAN kommt jetzt. Mein WLAN geht grad. Mein WLAN ist grad woanders, aber nicht da. Bei mir ist ein Team. Ich bin tot. Der hat mir einen feilen Arsch geschossen. Oh. Besser? Wie? Besser? Das würde ich nicht sagen. Ja, Mama hat's doch nicht so. Warum macht denn der sowas? Wer hat da Bock dazu? Oh, jetzt geht der mich wieder um. Ich hätte noch, okay. Ich hätte noch nicht. Schade deine Karte. Oh. Jetzt muss BW. 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 auch ganz wenn er ist ach ja ich bin jetzt vieles gehen und fach oder warum sich alles schlecht weil um jannik in unserer lobby ist ein spaß als morgen bist du da junge wenn er stream ist oder er kann ich beim alter ja okay und soll nicht ich war gar nicht ich kann nämlich nur wieso hallo er ist ein krebs aller macht das aus hallo ich werde schon sehr kommen dass er gleich einen permanenten bahn auf meinen youtube-challenge ich frage meine mom ob sie mir eine halbe stunde länger machen kann krebs 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 bestimmt krebs was moin nö du bist nick ja und jetzt und jetzt was willst du willst du jetzt ein krebs haben ich könnte jetzt mal in fernstein ausschließen soll ich sagen wie mich das nur interessiert ja genau runter mit dir danke aber schreibt mir da schreibt er schon wieder ich liebe dich ich liebe dich junge wenn du gleich nicht aufhörst bekommst du einen bahn oder oder du bekommst einen timeout von janeck ich kann ihn auch bahn na ich sag es wenn du ihn schweißen wenn er jetzt damit nicht aufhört oder was für jeden scheiß oder es bleibt die durchgehend und schreibt rein ich liebe dich oder sie sollte schwur sein ja ok gar kein problem weil ich mag es nicht wenn man da so rein spammt weil es geht um diesen grund immer wenn welche spam denk ich dass sie das absichtlich machen und wenn du diesen link in deiner whatsapp in deinem ganzen whatsapp profil teilst dann lieb ich dich auch auf ne homo bars bitch und äh hau auf diesen abonnierbutton und auf den like button oder ich weiß warum meine nachricht nicht ankommt weil ich kein wlan habe da steht doch aber da custom games runde was für custom games bruder ja bei mir stand da custom games wo ja halt bei dieser dings keine ahnung hat mir irgendwer so geschickt alles hat mir das geschickt aber stand custom games mit freunden oder so keine ahnung hat mir halt den link geschickt habe ich drauf gedrückt und dann habe ich gesehen dass das dings damit spielt ja nicht ja und jetzt da geschrieben hat solltest du vielleicht auch mal sehen was er eingeschrieben hat ja was ich reingeschrieben hat was ich reingeschrieben hat bruder ne 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 ich hab was zu denen geschrieben ach so wenn das was schlimm ist ist bruder bekommst du gleich den permanenten Bonn von mir das bin ich das bin ich ja ich bin Grimms das ist ein anderer Akkord von uns du bist doch ein Arschloch ne ich hab mich kurz aufgefüllt noch ein kill bruder ich habe aber keine Funkwammer mehr das mag ich halt ne ey die gegner die gegner sind echt schlecht ja aber ich kann es ehrlich auch sagen ich kann eine Scheisse mit der Tinkwähler anfangen ich beleidige mal bitte nicht so danke sonst kriege ich gleich ein Bann bitte du musst dann mal anders wir sind hier in der Welt von Youtube Beleidigungen werden bestraft das heißt du kriegst ein Bann und Janik kriegt auch gleich ein Bann weil er so Bähner dreht ist Junge jetzt kommt hier keiner in den Bann außer Youtube ist halt auf der Zeit zu da wegen jedem Scheisse zu bannen ja genau Youtube ist dafür da Junge um sich vielleicht ein bisschen zu erweitern mit der ganzen Welt Bruder ach so Miri Miri hat mich eingeladen ja den muss ich gleich einladen den muss ich gleich einladen den muss ich gleich einladen Perfekt verrein es kommt noch einer glaube ich ja ich hol den Digga irgendwie lost oder so hab ich ihn gespitzackt wenn du das nicht kannst Bruder dann löscht dich bitte ja warum nicht weil die sind grad nur Noobs in der Runde ja ist ja gut hier guck mal darin Noob so hat hat sich selbst zum Boden geschickt ich wollt grad sagen hat sich selbst zum Boden gemacht Spielt ihr mal mit einem Tausender Ping wo ihr euch später noch be- Junge ich hab nen öfters einen Tausender Ping als du in deinem ganzen Leben gehabt hast Hallo Fortnite und hier ist ne mythische Kiste Bruder wichtig nein 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 Boah perfekt Bruder ich dachte mit der Kiste kannst du nicht umgehen ich hab durchgängig ne perfekte Pauswatte Janik Janik for real gönnen die den ich kann mit der Waffe nicht umgehen also ich kann wieder umgehen die ist auch gut Bruder aber ich hasse sie ich hasse sie erstens, weil sie so viel Munition verschwendet Bigi4Millibar was aber so ne warum kann ich mein mini nicht nehmen ich guck auf deine links anzeigen Bruder wer meinst du Bigi im Oder ich kann nicht mehr die Team probieren. Hä, folgst du auf dem zweiten Account auch? Äh, nein, weil das der Account von meiner anderen Familie ist. Die benutzen alle einen Account, aber ich benutze meinen eigenen. Los, du musst da sofort drauf folgen. Werden die nicht merken, werden die nicht merken. Och, dann fing ihr die ganze Zeit Nachrichten. Das ist peinlich, aber auch egal. Mir aber nicht. Aha, ne. Oh ja, mach ich mal. Meine Mutter hat selber noch nicht geantwortet. Super. Och, drei davon. Ich hab nen Biggie bekommen, Bruder, wiss ich. Ich hab keine Schleppie bekommen, in der Zone, Bruder. Ich hab keine Schleppie bekommen, Bruder. Ich hab keine Schleppie bekommen, Bruder. ja das kann doch nicht sein dass er den stream offen hat weil ich wenn ich mit ihm zocke ich das ja genauso habe dies macht kein sinn doch dass das stream ist leider ein abo geier ist ein ja nein anfangen bist du frech bruder oder direkt direkt in permanenten es war es war nicht böse es war keine bürgenden sparen in jahren und ich wollte hier nur vor richtig und egal wie viele follower und reißig follower oder wichtig wollen die waffen den fünf die ich dir hinzugefügt wenn wir sind 50 follower wie oder das ding ist ich brauche gar nicht mal mehr auf twitch gegen eine waffe jetzt gut dass meine waffe er hat die frau muss da mal weg er wir müssen die frau tüten los vielleicht wenn du mal immer ist der gruppen gegner auch die gar als ob habt ihr raketenwerfer muni hallo nein ich hab gar keine muni dafür oder ja komm her ich hab zwei biete hallo du bekommst die aber nur wenn du mir die waffe da rausholst ich krieg die dann irgendwie hin ich hab mir das bock w-la anstatt uns mal bescheid zu sagen dass wir gegner sind aber nein was kann ich dafür machen dass ich den zuerst mal töten muss hier digger zuerst mal hier den ganzen loot gönnen richtig du machst das ich komme zu euch rein wieso wieso soll ich das immer machen du kleiner modus ja jetzt könnte ich wie den bogen hier oder neben mit dem kann ich nichts machen auch eine benzin kann ich da auch eine benzin hey zone hallo karten bitte nimm dir einfach nur den bg mit wir kümmern uns doch später drum was für ein bg ja ist ja komplett bin medikit medikit ich hab nichts gesagt youtube ja passt schon ja alles was wir drauf dass die beleidigungen in gemüse ausgedrückt werden ja meine mutter kennt oder ich kann bis 22 30 zocken ich kann ich kann bis 23 30 zocken meinen zacken oh das ist ein bisschen flamm was hat denn gesagt ich darf digger wie hört ihr überhaupt zu ich glaub nicht nee du bist nicht in eine andere richtung ich verlegerst den weg so ist das so ist das leben mit dir leute ey die nächste zone ich weiß wo die nächste zone ist ey die nächste zone ok hallo kücken er ist ein cheater er weiß das nicht was aber nein du musst gucken du musst auf die map gucken bei mir ist da nämlich ein kreis alter bei mir nicht wenn du auf die map guckst ey ey er will mich hörten ich habe ihn doch zu erzählen ey wenn du jetzt gegen so ein tier verlierst ne gegen so ein tier verlierst ich dachte grad der verliert gegen ein tier oder wenn das passiert würde bruder ey gegen nur ein tier dann löschen nicht dann löschen nicht nur löschen bruder permanenter band auf youtube ja immer mit deinem scheiß permanenten band was nein spaß junge digger ich krieg den gleich Mann was ist das wo ist das wo ist das gefühlt Ende der dingsel jetzt hebt er schon wieder was anderes auf hatte ich auch vorhin Fortnite Fehler digger for real ich wäre eigentlich gern mal besser hätte ich doch richtig gut zu zählen ich spüre aber gerade auch mein zimmer Hilfe 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 Ich mach zu waheren ich hab nämlich jetzt keine munition mehr für meinen wegs hier ihr sagt ja ich sag mir doch auch gar nichts dass die rüber brauchen wir nicht ich habe sie das überhaupt nicht schaden gekriegt ich hab's nicht mal gemerkt ja guck doch mal hier vorne das ist ja das ist der lootsee alter das gold das gold alle hier sind vier leute fahrrecht ich hab nur viel gold waren bewusst wo sind die rest der ford ich brauche schießt auf mich auf uns nicht alles auf die lern schieben ach so bei euch wird gefeiert ich komm nicht pushen ja anstatt mir zu sagen ihr werdet gepusht merke ich schon ich baue mich ja ich komm ihr braucht ja eindeutig hilfe von mir ja genau warum schießt er denn nicht er fällt ich mir flachlau der muss mal wieder nach land aber was ist mit dem los bruder man hört alles doppelt was du gelabert hast ich weiß ich habe auch den ganzen tag zockt er nicht oder was ist mit die los alter warum bist du auf k ja ich kann nichts machen ich habe nur kommt jetzt ich kann nichts machen mit diesem weg ich kann nichts machen mit diesem weg ich kann nichts machen mit diesem weg ich werde morgen stream vielleicht nur als moderator da sein ich weiß es noch nicht weil es schon zu viel gespielt hat nein ich finde das sehr diskriminierend dass sie einmal kurz nicht eure stau zu hält machst du morgen wieder ins team ja ja es hat einer ich habe eine wand ich habe ein boden gebaut ja ich gucke ich guck a a ha 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 eins heiha bruder digger trinkt k 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 ich bin ehrlich, man kann es trinken, aber wenn man den Tag trinkt muss, geht es nicht. Och, Digga, mein Arsch. Ich muss ein bisschen ausstrengen machen. Bin wieder da. Oh, Digga. Worüber hast du gelacht? Ich muss meinen Arsch, Bruder. Ich muss meinen Arsch bewegen. Ey, ich komme gleich wieder, ne? Zwei Sekunden. Ja, okay. Das war's. Toll. Ich bin wieder am Start. Digga, es sind drei Leute drin. Der Kuss geht raus. Ja, ich weiß. Da habe ich mich gerade eben auch erschrocken. Warum erschrocken, Bruder? Ist ja gut, dass du... Ja, ich gucke auf einmal hin, die ganze Zeit null Zuschauer. Auf einmal guckst du wieder hin, drei Zuschauer. Wichtig. Und drückst du bereit? Äh, ja. Vielleicht denkst du dich gerade so, hä, ich habe auch gerade bereit. Aber, ich habe gerade du reingemacht. Ich was? Worüber hast du so gelacht, wo ich weggenommen bin? Gelacht habe ich jetzt nicht. Ich habe nur gesagt, mein Arsch tut weh. Und ich kann davon nicht so viel trinken, Bruder. Weil wenn man davon zu viel trinkt, Bruder, nehmen wir mal. Ich habe so ein, äh, Protein hier. So eine Whey-Protein, ne? 100% Whey-Protein, ne? Äh, Schokolade, Milchshake, äh, Flava. Und das trinke ich mit Wasser. Ja. Ich zeige euch bald, Bruder. Dann fängst du auf einmal an, wieder über deinen Arsch zu drehen. Auf einmal. Nehmen alle aus dem Video. Was sollen die machen? Dann sind das denn kleine Murrugs. What the fuck, Bruder? Ich, ich schwöre sogar, wie lange kann ich noch streamen? Ich kann auch 39 Minuten streamen, Bruder. Ich, ich möchte sogar die 60, äh, Dings noch toppen. Die 60, ähm, nehm an das. Kommentare. La Sweetie, Bruder. Und jetzt sei nicht den Yannick Move und spam die ganze Zeit da in den Chat rein. Hallo, hallo, hallo. Ich wollte es gerade machen. Wirklich? Gute Haut. What the fuck. Dicker Cringe. Warte, Mann, das ist kurz. Wenn du jetzt spammst, ich wär bei Gott, du bist kein Moderator mehr. Ich wollte Account wechseln. Ah, du wolltest wieder diesen Dings-Account gehen, ne? Ja. Ja, trotzdem bekommst du dann, dann bist du kein Moderator mehr. Weil ich weiß, dass du das da warst. Jetzt hast du Angst, ne? Bruder, wenn da jetzt einer, äh, vier, äh, viermal schnell hintereinander schreibt, Bruder, dann weiß ich ganz genau, dass du das warst. Bitte, ich hab nur noch, ich hab nur zwei Accounts, bitte, ich schwöre, ich schwöre auf mein Leben, ich hab nur diesen anderen. Ein neuer? Wer seid ihr? Mathea. Mathea, ähm, Mathea, bist du's? Klasse. Perfekt, Bruder, ich hab ein Hühnchen, ich komme. Mathea, bist du's? Ost. Klassenbruch. Er hat Eier, Bruder, er schickt's einfach in den Dings her. Wir hatten... Wir sind, also, das bin ich, hier, lass uns... Ich bin Yannick und das da drüben ist Mik. Ja, perfekt. Ja, also... Mütisch, kennst du? Mütisch? Ich krieg Rotz raus, ich krieg Rotz raus. Was hast du rausbekommen? Ich hab ne goldene... Uhrzeitmaschinenbistole rausbekommen. Die nehm ich gerne. Absolute Rotz. Wo bist du? Da hinten ist ein Gegner, den werd ich mir jetzt vorknipsen. Wo? Meiner, geh, piss dich. Mathea. Nein. Das ist meiner Gegend. Nein. Immer diese Leute, die... Du bist so ein Arschloch, ne? Der hat mich geschossen. Das soll ich sagen, das ist nicht null. Das sollte Michael werden, du Murug. Du Murug. Du Murug. Äh, Mathea, äh, ganz kurz, äh, leichter lassen. Den Link vom Kanal, äh, teilen, äh, den Like-Button durchsperren, ähm, ja. Und den Abo-Button. Und natürlich abonnieren. Und, äh... Digga, mythische Kisse. Und, ähm... Ich bekomm ne Lina ne. Du kommst ne goldene Maschinenpistole, ich bekomm ne Lina ne, Digga. Was liegt denn da hinten hier? Äh, Schmutzwaffe. Äh, Digga, irgendwer schreibt hier wieder rein. Ja. Jo, Mathea, du kannst noch mal zweimal hier in den Chat schreiben. So irgendwie so Fragen reinstellen, nicht nur Ja oder Ja reinschreiben. Schon irgendwie Fragen, weil ich möchte heute sehr gerne die, äh, 60 Kommentare schaffen. Weil das war heute der letzte, äh, heute, das war der erste Stream wieder nach, keine Ahnung, drei Monaten. Und da würde ich mich sehr gerne darüber freuen. Sag einfach, wie geht's dir und wie geht's gut? Nein. Aber getrennt. Nein, Mann. Das ist kacke. Wenn so irgendwie so Fragen so über Gameplay oder worüber ich alles mach, irgendwie so in diese Richtung so ein paar Fragen so über Gameplay oder so, wäre sehr nett sein, weil ich würde halt unbedingt diese 60, äh, Kommis erreichen, oder? Und dann werde ich davon gleich ein TikTok machen und das ist der beste Stream grad war, den ich je hatte. Also eher so, wenn mal du fragst, so. Okay, du bist immer den, ähm, Chatler von, ähm, Tweets an. Also wenn du so denkst, wenn du denkst, was das Gameplay, Gameplay ist, äh, worüber ich das jetzt streame oder so, worüber ich hab alles einstellen und so weiter. Oder ich wär mir hier gerne die Minis. Gegner, komm! Schleeech! Bruder, den haben wir alle voll gespamt. Bruder, der konnte nicht vor zwei Minuten überlegen, ob er wirklich angreift oder nicht. Bruder, wirst du zum Hund oder wie? Oh, wo lagen Minis? Hä, hat sie safe eh nicht. Was spielt ihr da? Was spielt ihr da? Ja, das Fortnite? Es ist ein relativ ein schwarzes Game. Oh, danke. Ähm, man muss halt hier, das kann ich einmal kurz demonstrieren. Man kann bauen. Ähm, hast du den, das Wort nicht dahinter gelesen? Hahaha. Achso, du weißt schon, was das für ein Game ist. Die will einfach nur die 60 Kommis voll machen. Ja! Mach wenn einfach nur so wirklich Fragen, die irgendwie so übers Gameplay sind oder so. Würde mich nämlich sehr freuen. Junge, was machst du, Alter? Digga, er versucht mir grad den ganzen Edit, Alter. Egal, ich kann nicht mehr editieren, vor mir. Oh, das ist noch pech, ne? Ja, es ist gleich dein Pech, dass du kein Moderator mehr bist. Okay. Ja. Immer wenn ich darüber rede, Bruder, er hört auf, weil er auch um 60. Nee, hab keinen Plan, was ihr spielt. Ja, ja, Bruder. Ja, Fortnite, Bruder. Deswegen auch das Haar hinter, ne? Ey, hier ist ne mythische Kiste wieder. Die gönne ich mir. Wie viele mythische Kisten sind hier? Ey, nein, Mann, das ist ne neue Chest. Ach, nur eine. Ja. Komm mal vorbei hier. Warte. Ey, das ist aber mein Luke, ne? WTF? Oh, geil, Bruder, MP! Ja gut, was du haben. Bruder, relativ entspannt, ne? In der Kiste? Wenn man so eine kriegt. Lass schon mal die Zone laufen. WTF, Bruder, davon muss erst mal gleich ein schönes TikTok gemacht werden. und er wird sich so sagen hier leute was geht heute war der beste stream ich habe seit zwei monaten sie seit drei monaten mal wieder angefangen war ein tag mal auf youtube wieder zu spielen und weil ich das gemacht habe war da so eine kurs mit community es war manchmal fünf leute da waren mal sechs leute drin und das war einfach entspannt wir haben die 60 kommis erreicht nächstes mal möchte ich sehr gerne die 100 kommis erreichen und nächstes mal wird einfach nur deswegen eskalieren er fährst du in die zone hey mach musik aus hallo das ist das ist zwar in-game musik aber ich feier es nicht wenn ich mag nein was die frage rollen die zeit was ist ein menschen ist kaputt die jetzt kann alles ausgelaufen alles auf mein kontroller alles auf mein kontroller kacke hey wo schon mal eine box von der box von der box du musst dich ein boxen ich mach das jetzt ich bin da hoch kacke alter schütze 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 ich habe keine punkte ich weiß ja nicht mal was er machen ich habe nur noch zwei schuss und ich bin kann man sagen einmal kurz montag gemacht ich habe komplett am schicker verrecken alter gar kein bock der korte fack aber was mit meinem schicker digga jetzt geiler gewohnt werden so grad hochgehoben und auf einmal platz das ding ja wollte ich ja ich habe zuerst ein schick weil ich schick das immer wenn ich noch mal ein schlückchen nehmen bruder aber nein bruder der schicker muss das auge ja bruder der schicker macht natürlich auge bruder und für so wie man den schicker kennt bruder der könnte einfach nicht das ist das braucht schmerzen dann geht zum kommst und hol dir eine kommst was zum kursen holen 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 ne 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 heute nicht bruder daran merkt man dass ein kleiner pädophil ist gefühlt da gibt es bestimmt irgendwie so mädchen was angelina heißt bruder was er jeden tag gefährlich gewaltig habe ich ne ich habe halt voll gespuckt ich habe gerade getrunken lecker lecker keine lecker ich weiß nicht mehr ich frage den ich brücke den Lachen. Janik. Mein ganzes Bett. Okay, lass uns das Retail. Ich hab Bock auf jetzt zu gehen, Digga. Ey, ich hab zwei neue Anrufe bekommen, ne? Eine, die hat mich aus Versehen kaputt gemacht, ne? Das ist eine Carbon Angel, ne? Eine andere, das war eine Springroute, die ist komplett heile gewesen. Während der Autofahrt ist sie kaputt gegangen. Das ist nicht lustig, Bruder. Das ist ganz und gar nicht lustig. Das ist traurig, weil es... Digga, das war eine richtig gute Rolle. Okay, die Rolle ist heile. Ich hab einfach... Ich hab einfach keinen Bock. Ich fühle mich auch nur wegen einer Scheißneuung zu tun. Ja, okay, Bruder. Die Angeimpfte bestimmt schon 120 oder so gekostet. What the fuck, Digga. Rede mal. Ja, ne? Okay. Sind wir die Gegner? Ähm, nö. Digga, bei mir aber gleich schon. Ja, ich komm. Nö. Geh da nicht hin. Der Bezirkhand ist verbrennt. Hinter dir. Ah, natürlich. Hab ihn. Jetzt go. Ich bau einfach den Bruder ab, Alter. Perfekt, meine Minis. Mein Gold. Ja, egal. Ich brauch aber die Minis. Guck mal, wie low ich bin. Noch ein Gegner. Von wo? Let's go, hab ihn. Mein Gold, mein Gold, mein Gold, mein Gold. Digga, was willst du mit diesem Gold, Alter? Ja. Keine Ahnung. Meine Minis pisse ich. Er kommt mir um meine Minis was im Wasser. Ey, ich bin nicht. Mann, du bist du nur in Sohn, wusstest du das? Ähm, Digga, YouTube. Er hat nichts gesagt. An stream wurde er jetzt safe. Werde dich gemacht? Wir haben doch gesagt, Beleidigungen in Obst ausdrücken und Gemüse. Ja, du keine, du keine scheiß Kartoffeln. Schöne ich so, Mann, du Banane. Ne? Immer schön in Gemüse ausdrücken, kann YouTube nicht sagen. Das war schon, dass eine Banane ist. Keine Gemüse, das Obst. Gehst du überhaupt noch in die Schule? Hm? Ne, ist es nicht. Ich habe meine ganze Hose, das wegen dieses Highshake. Ja, Digga, meine auch. Ja, das interessiert mich nicht. Es geht um meine Hose hier, Bitch. Cool, weg, cool. Meine, nicht deine. Aber meine Hose, die ist nicht deine. Aber meine Hose, die ist deine. Genau. Ich weiß, was ich cool fände, wenn es ein Feature geben würde, wenn man so einen Stromkasten kaputt macht, dass es gut einen Black Screen geben würde. Mein Lötchen Betty. Legendary? Was für eine? Die ist selten. Alter, mein Betty. Dein was? Mein Lötchen Betty. Legendary was? Lötchen Betty. Geh lang. Let's go. Ach so. Gönne hier. Ich habe irgendwo Steps gesehen. Den gehe ich wohl. Unten. Oh, let's go. Ja! Du scapes ihn noch. Du rennst so. Wusstest du das? Digga, ich schwör bei Gott, ich hasse dich. Digga, jetzt gleich bist du kein Mod mehr. Ja. Och Mann. Ja, scan mir einfach nicht meine Kids, Digga. Irgendwer hat in die Comics geschrieben. Sag mal für eine Minute kein Digga. Okay, ich versuche es. Challenge. Okay, Challenge. Angenommen. Wer ist? Ich bin jetzt schon verloren. Okay, jetzt noch mal. Ich kann sogar schwören, das wird richtig schwer, dieses Wort nicht zu sagen. Weil ich sage... Welches Wort? D ist... Ja, dieses D. Ich sag's nämlich ganz fein. Und ich schwöre, ich muss grad irgendwie so komm... Irgendwie anders kombinieren, äh... Digga nicht. Digga, ich kann dieses Wort... Alter, du wieder! Also ich hab nur nicht... Ich schwöre, wenn du mir den jetzt abstauschst, Bruder... Ich schwöre, wenn du mir den jetzt abstauschst, Bruder... Ich schwöre, wenn du mir den jetzt abstauschst, Bruder... Digga... WTF? Warum sag ich dieses scheiß Wort ganz Zeit? Digga... Genauso wie beim Alex, ne? Der die ganze Zeit nur so... Okay, ich benutze jetzt kein Hashtag, Hashtag ohne Hashtag... Aha, ja! Oder Logik... Cool wär, cool wär... Soll ich etwa... Ey, nächstes Mal, wenn ich mich aufrege, sag ich kein Digga... Ich sag's doch mal, du scheiß Jungfrau... Du scheiß Jungfrau... Du scheiß Jungfrau... Weißt du, was Digga bedeutet? Schnauze, die Jungfrau... Jungfrau nerf nicht... Google sagt es... Ich weiß, was Google sagt... Weißt du, was Google sagt? Weißt du, was Google sagt, ähm... Was Digga bedeutet? Was? Goldgräber... Ey, Digga... Ey, Digga... Oh! Das hab ich auch mal kackt... Digga... What the fuck? Ich will kein Matches mehr, ja? Digga, weh... Du scheißt mir die ganze Zeit meine Sachen... Bruder... Ich nächstes Mal bekommst... Permanenten Ball... Aber das ohne Abendmahnung... Ja, okay, Bruder... Du bist jetzt kein Moderator mehr, ne? So... Ich wollte nur kurz gucken... Hier, bitteschön... Aha, wär gut so für dich, ja? Wollte nur nett sein, damit du dies nicht selber holst... Wollte ich dich da aussperren, dass ich mir dieses Medikit holen kann... Ja, ja, Bruder... Jetzt kommt die Ausreden... Weil er noch Moderator bleiben will... Aber bleib so eh... Aber wenn du nicht... Äh... Immer in meinen Streamen drin bist... Also... Der Moderator... Muss mindestens... Zehn Minuten in meinem Stream drin bleiben... Internet kickt aber richtig rein, Bruder... Maschallah, Bruder... Internet kickt rein... Ich wollte grad sagen... Ich hab schon die ganze Runde keinen Gegner gesehen... Die Gegner haben Angst vor uns... Ich hab mich jetzt... Gemerkt... Oh... Ich hab mir die ganze Zeit zu... Hab ich gerade eine neue Anfrage bekommen... Ach, Digga, wir müssen mal zur Zone gehen... Digga, ich sag hat, Digga, what the fuck... Ich weiß, Digga, dass du die ganze Zeit, Digga, sagst du auch? Du sagst... Du hast gerade eben gesagt... Ja, ich weiß, Digga... Ja, das war ja nur als Joke... Ich weiß, Digga, dass du dir... Die ganze Zeit, Digga, sagst, Digga... Jo... Das war ja als Joke... Ey, wer versucht... Äh... Jetzt länger kein Wort... Äh... Wer länger... Äh... Nichts sagt, okay? Drei, zwei, eins, los geht's... Nichts oder... Ja, nichts sagen... Außer wenn ich Kommentar... Könnt ihr mal... Erster werden... Können wir versuchen... Außen bei Kommentaren... Da darf ich vorlesen... Und ja... Ja, ja... Das ist klar... Ab jetzt... Ja, wir probieren's zwar... Was'll... Äh... Ну, wasker? ... Ah, wasker? Absolutely lies... Aberkansionstyle... Socarenzeitück何 Council places her... UPEO! Okay. Ach du kirchst ihn da! Ja, bruder, endlich! Okay, jetzt hat er... Ah, fuck! Oh, oh, ich muss mal sein da gegriffen! Digga, er hat ein 32er Headshot bekommen, alter Bruder. Ja, genau, Junge, du bist doch! Lachen zieht auch? Ja, okay, Digga, lass doch mal aufschlagen. Hey, what the fuck, wie konnte der sich retten, alter? Nicht, nicht! Wuh! Ah! 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 Sei bereit! Okay, noch mal, nicht lachen! Lachen zählt jetzt auch! Ja, okay, aber Kommis darf ich halt vorlesen! Lachen zählt auch! Ja, okay, machen wir! Ja, okay, machen wir! Ähm, okay, machen wir! Okay, let's go! Warte! Ich mach dein Move nach! Hehehehe! 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 Drei, zwei, eins, los! Okay, bring the V.H. weiß, dass du lachen möchtest. Ich hab gewonnen, Digga. Willst du mich retten, Digga? Das war doch ein pehres Gewinn, oder? Cringe. Okay, 3, 2, 1, go. Wie V.H. weiß, dass du lachen möchtest. Hahahaha. Kurz in Zeit, kurz dafür. Oh, kurz verrecken. 3, 2, 1, go. Wie V.H. weiß, dass du lachen möchtest. Wie V.H. weiß, dass du lachen möchtest? Wie V.H. weiß, dass du lachen möchtest. Wie V.H. weiß, dass du lachen möchtest. Most du log in. Hähnend, musst du lachen. Musst du lachen. Hähnend. Obst du lachen? Bruder, einfach nur wie du den Penis hast du bestimmt gelacht, ne? Ja! Ganz leute, warte! Penis! Penis? Okay, drei, zwei, eins, go! Penis! Pömmel! Ja! Ja! Digger, warum gewinnt das so leicht? Ich muss selber lachen! Digger, ich muss nur grinsen, Bruder! Lachst du schon, als würdest du es selbst... Digger, du lachst, als würdest du es vielleicht... ...wölk-rekordbrechen! Pömmel! Ich musste bei dem Wort so lachen! Was? Ja! Warum ja? Nick, warum ja? Nick? Hallo? Nick? Wir machen weiter! Drei, zwei, eins, go! Ich liebe dich nicht! Ich liebe dich nicht! Ich liebe dich nicht! Sehr gut Deutsch! Du hast geredet! Ja, okay, drei, zwei, eins, go! Tschüss, Matthias! Ah, du hast verlassen! Halt! Bye! Ja, okay, bye, Matthias! Ne? Ja, ich darf aber auch vorlesen! Jetzt ist leider keiner mehr drin! Und drei, zwei, eins, go! Soh! Ich geh ca. ... ewig, ja! Ich heig dich ja 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 Ich heig ja Ich heig dich ja Ich heig ja 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 Ha Ja Ja Okay Ganz kurz Ich nirgends vorgehen wo soll ich gehen aus kurz wo sich gehen ja ich auch nicht gar nicht vorgehen Janik habe ich irgendwo gehen gegen haupten ja also ja ich weiß 8 Minuten deswegen bin ich so schnell dass Janik ganz schnell verreckt hast schon richtig gehört ach Janik mein Baby was ist das eine normale Kiste ja nein mythische bitte warte auf mich ich bitte warte auf mich er hat zu haben den Schmerz wir haben den Schmerz es in der ach schade der 8 Minuten das extra jetzt in die Mitte geben um den Feig zu machen hier bleibt er auch gemerkt ich hab mal ein jemanden so geholt so nach dem Ort hat die Opi die Kisten habe ich Wort abgegeben m ich gehe jetzt extra in die Sonne m m ja man hier sind wieder ach so gut ich habe gedacht dass wir uns da ja ach ich habe sie gefehlt ich bin runtergefallen wegen dir und jetzt war der Luther kriegt ich bin runtergefallen wegen dir ja genau wegen mir ne alles wieder auf die kleinen schiebe auf die auf die kleinen Moderatoren ja das ist ja ein schlechter Moderator Gegner er hat gesagt 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 hey hier ist die Frau wir müssen die Fraukeln wo ist sie denn gesagt wo ist sie denn gesagt hier Digga wo ist sie denn wo ist sie denn ach natürlich Bruder geht praktisch durch ne Wand durch wir können nicht was teleporten wir können nicht was teleporten die Pussy let's go ja er wird sich die beste Waffe Bruder willst du auch Minis? ich hab welche und wenn die stelle mich jetzt extra an zwei um zu verrecken ein Spaß ich hab mich aber jetzt extra low gemacht damit die Runde schneller vorbei ist hat perfekt oh fuck komm Bruder ich mach raus selbst fort ja aber ja aber du ja genau du stirbst nicht aber ich sterb ja Bruder weil ich auf der Seilbahn dann abgeschwungen bin ja ich bin auch ja lauf 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 okay warte ich geh extra langsam mach die Zunde 2x ne ist ja gut so was noch den Spielmann ja ich bin auch ein Spielmann komm Bruder ich will jetzt extra sterben ok du auch komm hier abwarten wuuu ja ne kommt hier auch sterben Janik 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 nein komm doch schon nein nein du Hurensohn nein auf mein Kopf ja 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 ich hab mal Arschbohrer und da ich hab dir noch einen Arschbohrer vorher gegeben ja ja ähm wegen streamen ne hm Gibt's bei dir quasi so ein äh Playstore auf der Switch äh es gibt einen Nintendo eShop das ist wie der Playstore ja jo Leute das war's also ne Mann ich muss das mal Tiktok machen hast du ausgemacht? nein nein ich muss das mal Tiktok machen hier also weißt du ob ich da irgendwie auf der Switch ähm spielen kann? ja ich glaub schon weil ich weiß nicht ob ich wie ich das machen kann weil ich hab hier halt kein YouTube äh bei kannst du die Twitch runterladen? warte ich mach zuerst mal hier Tiktok jetzt einmal weiß ich nicht warte ich mach mal kurz Tiktok ja 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 jo Leute was geht hier ist wie gesagt euer Nick ähm heute waren wir entspannt am streamen Heute war ein ganz entspannter Tag. Heute war er sehr gut.